GECON, der erste Lichtensteiner Gesundheitskongress. Wir sind heute im Wunderschönen Malbun und wollen eine Outdoor-Einheit machen. Und zwar haben wir mit einem Ausfallschritt aufgewärmt. Ich bin eh noch aus dem Atem. Ich habe den Rumpf geschaut, dass wir die Muskulatur noch ein bisschen warm heranbringen. Die Schenkelmuskulatur, die Gesäßmuskulatur. Und jetzt laufen wir einmal aufwärmend bergauf und dann machen wir im Talkessel einen kleinen Intervall. Am Schluss noch auslaufen und eine Stunde schnell rum. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also mir hat es sehr gut gefallen. Mein Büchstrainieren ist natürlich etwas Spezielles. Und er hat uns schön richtig gefordert. Mir hat es gut gefallen und es war sehr anstrengend. Aber ich habe festgestellt, ich bin besser geworden im Vergleich zum letzten Mal. Mein Büchstrainieren ist natürlich etwas Spezielles. Macht immer Freude. Und es war hart. Schönen Abend. Wir hatten ein gutes Training. Ich habe es ein bisschen gefordert. Ich habe es ein bisschen gepusht, den Puls ein bisschen aufgebracht. Aber ich glaube, es hat Spass gemacht. GECON. Vom 15. bis 17. September in Scharn. Alle Infos unter GECON.li. GECON. Weil Leben gut tut.